mal auf ins kakariko village oder hey gut guck mal ich bin cooler als du ich habe so angst vor diesem spiel ihr wisst ja kato gearbeiten 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 Furtzilla, möchtest du dir die Schreie anhören? Furtzilla, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du in den nächsten zwei Minuten fluchtartig die Schlag ergreifend... Schlagartig die Flucht ergreifen wirst? Das hat keiner gehört, oder? Das hat keiner gehört. Das hat keiner gehört, oder? Das hat keiner gehört, oder? Niemand hat das geheirrt... Do you understand? Das hat keiner gehört, oder? Guckt euch das an! Hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Nope. 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 Sollte es aber... Man darf aber trotzdem nicht vergessen. Auch wenn es die ganze Zeit Scheiße läuft. Es kann nicht immer nur bergab gehen. Irgendwann ist alles besser. Es dauert einfach nur. Kein Gefühl ist final. Das heißt, wenn es dir jetzt Scheiße geht, heißt es nicht, dass es dir irgendwann später auch noch Scheiße geht. Die Scheißigkeit wird weggehen. Manchmal früher, manchmal später. Ja. Ich mache jetzt ein Motivationsposter. Das Leben kann nicht immer cool sein, weil sonst merkt man nicht mehr die schönen Momente. Auch wenn es dir gerade Scheiße geht. Kein Gefühl ist final. Vielleicht sieht es jetzt gerade Scheiße aus. Aber es wird wieder bergauf gehen. Und wenn du dann oben auf dem Berg bist, guckst du zurück und merkst, dass dieses Loch eigentlich nur ein kleines Schlagloch war. Deshalb gib nicht auf. Mach weiter. Du kommst da raus. So. So, Grind is left shift, okay? Okay. Es ist, das ist einfach nur. Ich kann nicht mehr. Ich werde jetzt einfach nur durch. So. Es reicht mir heute. Nee, das wird nicht reichen. Ich merke schon. Ich brauche noch andere Sachen. Ja. Wie geht? Wie steht? Ja, wie man sieht. Ja. Ich habe ein neues Feature eingebaut. Jetzt steht die schon am Eskalieren. Ich bin heiß und in einer Tube. Ich meine. Du weißt schon. Ja, das mit Valve. Achso, da ist ja. Hier ist eine Workshop-Page für dich, um zu publisieren und zu downloaden, offiziell unterstützende Mods für unsere Spiele. Oh, du hast ein Fan-Game gemacht? Hier, publisch es auf der Store. Und Sega so. Du hast ein Mod für unsere Fan-Game gemacht? Gute Arbeit. Würdest du einen Job mit uns? Und dann haben wir Nintendo. Nein, du kannst nicht auf unsere OST außerhalb des Spiels hören. Hier ist ein 2.000 Dollar. Okay. Das ist halt so wahr. Das ist halt so schlimm, wie die Leute glaube ich! Na, ich würde sagen sie, Und dann schauen sie, wo sie sich... Ich meine, was für ihre Erachtbring. Ich würde sagen sie, wo sie alles gut haben. Und dann sieht sie, wo sie summt. Ich bin ja am überlegen, oh, wo wir das gerade machen. Oh, Moment, Moment, Moment. Ich, äh... Ich muss mir eben... Ah! Wo fährst du mir denn hin, Kapu? Wo hast du mir denn hingefasst? Ich kann euch nicht mehr angucken. Nein! Ich kann euch nicht mehr angucken. Ich kann euch nicht mehr angucken. Kupfer ist ein bisschen weniger angucken. Ich fühlte vorher schon was unbeiratet. Ich fühlte vorher schon was unbeiratet. Ich fühlte vorher schon was unbeiratet. Ich fühlte vorher schon was unbeiratet.